Hi Leute, Willkommen in diesem Video und... Ach Quatsch. Machen wir nochmal alles? Hi Leute, hier ist der George und willkommen in meinem zweiten oder dritten Video. Ah! Ich hab das nochmal gemacht, ich bin zu arg. Ach Scheiße. Tag 2 auf dem Programm. Ich hab mich verredet und mach das jetzt nochmal. Social Media und ähm... Und? So, ich war ein bisschen ähm ähm ähm... Also, nächste Folge. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der George. Wirst du sagen, hey, völlig normal, ganz klar. Ähm... Ja. Was? George ist ne geile Sau. Warte, ob ich die Beute nicht merke. Sorry. Er ist geholfen damit. Scheiße, der Outtake. Okay, stopp. Und ich möchte euch herzlich begrüßen, was ich schon getan habe. Mann! Beziehungsweise heißt es Motivation? Nee. Produktion. Du bist erst einmal bei... äh... Du bist auf dem... auf diesem... ach Mann, ey, das kann doch nicht so schnell sein, oder? Ja, also, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Hotel arbeitest... Warte, ich kann ein komplettes Outtake nur mit mir machen, eine Stunde lang. Okay, jetzt geht los. Kamera läuft und läuft. Beheblich. Scheiße! Ihr meint, die Tunes gehen nicht vor an 5 bis 5L. Ach, du die Tuges! Die ist bescheuert. Ist du soweit? Ja. Warte! Du oder sie, also, ordentliche Workout-Möglichkeiten eines Ausgestattenden, eines, drück Stopp. Wieso? Warte mal, ich hab scheiße zwischen den Zähnen. Ich hab scheiße. Bauer und der Mangel. Lecker. Nochmal? Oh, kass. Mach ich auch. Ja.